so hei leute und willkommen zu einem neuen boge fight heute kämpfe ich mal mit unserem v1 das sieht jetzt glaube ich ein bisschen anders aus wie im let's show was auch eine ältere version so und der ist schlecht schlecht ja genau vor eins ist eben vor 1 und bricante heute mal im v4 das wurde noch nicht vorgestellt sowie v3 auch nicht das seht jetzt wenigstens jetzt nicht v1 kennt ihr schon kennt ihr schon deswegen v4 seht ihr nicht weil bricante nimmt nicht auf ich nehme auf v1 kennt er aber schon aus dem netz show ich bin die brücken kann und schon kennt hier zum brücken kann weißt du nicht da waren ja warum ich jetzt fragt warum ich fliegen kann und creative bin ich bin supporter jetzt nicht da aber ich bin supporters trotzdem wie kannte noch nicht der wird aber wahrscheinlich auch noch werden deswegen kann ich mich jetzt einfach hier in meiner bewerbung bist du supporter geworden ich gar nicht ich kann ja auf deine seite laufen ist ja auch cool ich habe mich ja in den survival mode gepackt ist der boge wird mittig es ist gar nicht mittig ist ein block zu weit nach links egal ja also v1 gegen v4 wahrscheinlich werde ich abkacken mit v1 bei v4 einfach 24 stichs hat und wir einfach nur 16 aber egal ich mache dann einfach mal kampf dort die stadt breit ich esse zwischendurch eis jahre bin bereit gut dann geht es gut dann geht es go in the burgier ja wir haben noch ein burgier dass er das hat mal prikanto alleine gebaut das wird vielleicht auch noch in der mitschall kommst du steigst das ich kann ja mal sagen was es ist also es ist ein puh ja er hat man einfach so ein puh ich habe mir so ich hab so gesagt auch komm ich hab bock auf den scheißhaufen als baue ich einfach mal einen scheißhaufen habe ich einen scheißhaufen gebaut und der ist richtig geil ich habe auch das Licht außen wir haben guten kann auch mal scheinen werfen mal seit mann traut bei der brücke ja in der brücke jetzt doch scheinwerfer an deswegen muss ein schalter dafür das ist beschriftet ich habe gerade drüber ja das eine augen zwar irgendwie vor dem anderen obwohl es eigentlich ist aber egal es geht los geht los fällt mir gerade auf okay dann beladen schon mal die erste kanone so immer beladen ja ich hätte ich hätte auch jetzt schon die ganze zeit während die zeit abläuft beladen die kanon hat hier so ein mist back ja die haben die haben keinen nicht so viel präsent wie den kanon ich werde wahrscheinlich auch mal ich habe ich habe vergessen dass ich zu nahen der kanone stehen ja mir alles um back ja du musst das hättest du mir sagen können deswegen gehe ich immer zuerst uns vor vier reine guckt nach vor euch die kampf starte oder was los ist weil du musst dann einfach über die knöpfe drücken kurz und dann kurz warten dann kann schießen ist halt so praktisch ich schieße gerade ganze zeit nur mit den oberen neben der brücke rechts und längs werden kann eben auch technische probleme beim v4 weil ich habe da was wo ich das vorgeeingefügt habe weil supporter kann ich ja wo gesetzt speichern und in die arena einfügen und scheiß alles dass man die damit nutzen kann und da habe ich aufzusehen vorhin was vergessen beim also gestern vergessen beim kopieren deswegen fehlt jetzt hinten was hamburgier deswegen muss das eben was mal reparieren kann ich vielleicht danach den kampf noch mal zeigen zeigt aber nicht so viel von dem wogier ich fliege da nicht rein ich bleibe zu tausend außer wenn ich dich durchklickert habe dann sieht man natürlich von den aber das werde ich kaum schaffen mit der 16 da müsste ich ja irgendwie zehnmal schießen oder so obwohl ich jetzt schon dreimal geschossen habe also wenn das so schnell dann auch mit dem v5 geht was wir jetzt schon anfangen wollen später dann wird das netz sein weil wir haben eine ganz neue kanone die auch richtig schön stark ist ist ein 32 stehe ich jetzt mal endlich immer von dem 24 losgekommen beim bauen und ja ich hoffe man hört man klicken jetzt nicht so ewig laut sag mal hört man das ich habe gesehen du hast mich schon getroffen ich habe ein bisschen frontschaden an meinem Dal mist zum ab hier gerade ja pinch einfach pfff ich bin dann ich bin 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 Aber dafür, dass ich im V1 bin, habe ich schon recht gut ausgeteilt, muss ich sagen. Im Moment, weil bis jetzt habe ich nur ein halbes Jahr Schaden gekriegt durch... Äh, warum die... Okay. Natürlich wäre es jetzt richtig cheat, wenn ich einfach erst... Slash GMC mache, weil dann bin ich im Creative Mode und dann kriege ich natürlich keinen Schaden mehr. Hey Leute, treffe ich dich irgendwie nicht? Ah doch. Hey, du stehst da, ich sehe dich. Au. Warum baue ich den Zaun ab mit dem Bogen? Oh mein Gott. Epische Bogenfight. Warum baue ich den Zaun ab mit dem Bogen? Oh, jetzt geht es natürlich wieder in den Schützencamp, du Cheater. Oh, getroffen läuft bei mir. Du hast mich eben getroffen, ich habe nur vier Herzen. Ja, ich weiß, aber du hast mich auch gerade fast getroffen, du hast immer genau neben mich geschossen. Ich bin gerade wieder reingegangen. Außerdem sind die ganzen Schützendinger kaputt. Ja, ich weiß, habe ich alles zerballert. Äh, zweitens, äh, bei mir sind alle Sensoren an. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber alle Sensoren sind an. Ich finde es ja komisch, dass ich... Es sind nur mal ein paar große Löcher, mehr nicht. Was bei mir? Ja. Okay, Frau Heinz ist ja auch hinten. Äh, bei den Kanonen auch noch teilweise Hohl. Weil das haben wir ja nach einer anderen Strategie gebaut. Da waren wir noch so die Bogenloops mit Wordedit. Hör mal dir das Panzer aus, das nervt. Leute. Wusste ich es doch, dass es lohnt, mit den Brückenkanonen zu schießen, wenn du da rumstehst. Oh mein Gott! Oh nein. Du hast guten Schaden gemacht. Guckst du dir mal an. Ich habe irgendwie mit jeder Kanone... Ja, weil ich kann ja rüberfliegen. Ich habe mit jeder... Ich habe mit den beiden Kanonen dreimal geschossen. Das ist jetzt nicht so viel Schaden. Ich kann mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf, zwölf. Zwölf plus Wolle sind es. Also insgesamt 13 Blöcke nach drei Schüssen. Hm. Nett, nett. Ja, hier liegen noch deine ganzen Sachen. Ja. Wie hast du das nun geschossen? Einmal jeweils? Ja. Ja. Also man sieht, der Schaden ist nicht gerade schlecht. Du hast auch vor den Streuschaden gemacht hier drüben. Hier ist du auch ganz gut. Aber du hast nicht meine Brücke angekratzt. Egal. So. Dann werden jetzt die Wurz abgebaut. Jetzt habe ich natürlich nicht das hinten gezeigt, was am Wurz hier falsch war, aber egal. Ja, also wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Guckt auch immer mal beim Bricanto vorbei auf dem Channel. Nee. 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 Doch. Nee, ich esse Eis. Ja und? Doch. Nee. Doch. Egal. Genau, egal. So. So, lass vielleicht auch einen Kommentar da, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorstieg habt für den Files. Da drüben hängen noch irgendwie was. Nee, doch nicht. Ah ja, ich kann noch eins sagen. Ja. Was kannst du noch sagen? Und zwar, der Profil freut sich Keks, weil er jetzt ein Porter ist. Dech. Yeah. Hast du mal gegen die Decke pflegen? Ja, du kannst uns nicht rein, Pech. Stehe nicht auf dem Schild, das wollte ich schon immer mal wissen. Der MCV-Sitz. Das habe ich selber schon mal gesehen. Only VIP. Schildo 456. Anertag. Hm. Anerunion vom Kampfleitern ist Mr. X. Was? Only VIP. Ich bin VIP. Bist du nicht. Egal, also wenn es euch gefallen hat, lasst es daumen hoch. Ich bin VIP. Du bist nicht VIP. Ich bin VIP. Hey, bis hier reinkommen. Ich bin im Team. Achso, Team Wort stimmt. Ja, YOLO. Ich bin VIP. So. Hä? So, was ist es nun mit der Aufnahme? Ey, das sind Sandblöcke. Okay, geht nicht. Egal, Herr, wo sind Sandblöcke? Hier. Bei mir. Ja, die Aufnahme läuft noch. Ich habe ja jetzt schon dreimal verabschiedet, aber egal, das sind wirklich Sandblöcke auch schön. Mit diesen schönen Sandblöcken sage ich jetzt einfach tschüss und bis jetzt beim nächsten Video von mir, Brikanto, keine Ahnung, Roger Fight, MvSRP. Und dann einfach ciao, oder? Ja, tschüss. Okay. Ich habe ja jetzt noch eine Ahnung.